Rotter, mein Name von der Direct Line, Versicherungsvermittler der Ergo, den Herr Kamenkow hätte ich gern gesprochen. Am Telefon. Ja, schön, dass ich Sie erreiche, Herr Kamenkow. Wie geht's Ihnen heute? Bitte? Wie geht's Ihnen heute? Weiß ich noch nicht ganz. Ich bin gerade erst aufgestandet. Ja, der Tag ist, ich weiß auch noch nicht, wo die Reise hingeht heute. Also die erste Reise ist jetzt heute erstmal die Brille finden. Ich weiß nicht, war gestern anstrengender Tag gestern. Ich weiß nicht, wo ich meine Brille hingelegt habe. Das wäre schon interessant. Ja, das wäre schon gut, das stimmt. Herr Kamenkow, Grund meines Anrufs ist, Sie hatten sich ja für unsere Zahnzusatzversicherung von der Ergo interessiert. Das möchte ich Ihnen einmal gerade vorstellen. Das Geburtstag, aber zum Abgleich der 1.7.191, der ist auch immer noch richtig, so nehme ich an, ja? Nee, das ja, ich hatte das ja für meinen Enkel angefragt. Für meinen Enkel? Ja, ich bin ja im Prinzip schon 83, nämlich nehmen Sie bestimmt nicht mehr. Ja, wenn Sie jetzt akuten Zahler das bräuchten. Also vom Alter her spielt das eigentlich keine Rolle. Ach so, weil ich hatte mich da mal informiert. Die haben direkt aufgelegt, als ich das Geburtsdatum genannt habe. Ja gut, das ist ja auch nachvollziehbar. Ich bin ja kein junges Zicklein mehr. Ja, aber auch Sie haben ja trotzdem noch ein Anrecht darauf, mit einem schönen Lächeln durch die Gegend zu laufen. Und deswegen, also wir stellen auch gar keine Gesundheitsfragen beispielsweise. Deswegen sollte das Alter auch kein Problem sein. Mach mal was, was? Ich habe gesagt, wir stellen ja auch keine Gesundheitsfragen. Also es gibt ja viele, die da wirklich Gesundheitsfragen stellen. Ob da bestimmte Krankheiten sind, dann wird man nicht mehr aufgenommen. Das ist bei uns nicht der Fall. Ach so, ja. Ich habe ja, sagen wir mal, akute Telefonitis, ne? Falls Sie das kennen. Ja, ich kann mir was darunter vorstellen. Ja, ja. Also ich muss jetzt sagen, weswegen hatten Sie nochmal angerufen? Ich bin nur nicht ganz wach. Ach ja, 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 genau, genau, genau. Da ging es um Ihren Enkel, hatten Sie gesagt. Genau, genau, genau. Also wenn Sie mich nehmen, da können wir auch sprechen, ne? Muss denn bei Ihnen was gemacht werden, Herr Kamenkow? Bitte? Muss denn bei Ihnen was gemacht werden? Also haben Sie da gerade eine offene Baustelle? Nee, ich bin in Rente. Es ist schon ein bisschen her, seit dem letzten Haus, ne? Ob der Zahnarzt bei Ihnen was machen soll? Nicht, dass ich wüsste. Okay, also... Habe ich einen Termin verpasst? Nee, das würde ich nicht behaupten. Es geht nur darum, wenn Sie mir jetzt gesagt haben, dass wir Ihnen was anstehen. Wir haben nämlich einen Tarif, der sofort geht. Und die normalen Tarife, die haben ja immer solche sogenannten Aufbau- und Wartezeiten. Das haben Sie bestimmt schon mal gehört. Ja, ist ja egal, wo man hingeht, muss man ja immer warten, ne? Das ist ja normal. Ja, aber wir haben tatsächlich auch einen Tarif, der Sofortschutz bietet, ja? Also wo Sie keine Aufbauzeit haben. Der handelt sich dann um Kronen, Brücken, Prothesen und Stiftzähne. Ich weiß nicht, haben Sie denn schon Zahnersatz bekommen mal? Oh, jede Menge. Sie stand neulich so lange bei Netto an der Kasse, wo wir gerade von Wartezeit das haben. Da haben die Leute gegenseitig angefangen, sich das Du anzubieten, damit man die Zeit schneller rumkriegt, ne? Ja. Und beim Arzt danach war es genauso. Aber ich bin wegen Netto dann ja zu spät zum Arzt gekommen. Sonst wäre ich da noch länger gesessen. Ich meine, da stehe ich lieber in der Schlange und knabber schon mal mein Brötchen weg, ne? Ja, das stimmt. Man muss die Zeit ja sinnvoll einsetzen, die man hat. Das stimmt. Ja, das ist natürlich eine andere Wartezeit, die ich jetzt meine. Ja, also weil im Normalfall ist es so, gibt es keine Versicherung, die am ersten Tag schon eine große Rechnung übernimmt. Und in diesem ZEZ da ist das der Fall. Der ist eigentlich für angeratene Maßnahmen oder wenn es eigentlich schon zu spät ist, gedacht. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, was haben Sie denn schon an Zahnersatz drin? Also haben Sie da Kronenbrücken oder haben Sie da vielleicht sogar schon Implantate? Ja, ich habe Implantate drin. Ich bin früher mal Boxer gewesen, so am Amateur-Level. Sag mal, 30 Kämpfe im Ring, 300 auf der Straße, ne? Und irgendwann ist es halt vorbei. Ja, natürlich, natürlich. Da müsste man bestimmt mal ein bisschen was austauschen. Ja, aber ich bin gut versorgt, aber man weiß ja nie, was passiert, ne? Ja, aber wenn Sie da wirklich Implantate bekommen haben, da kann man eigentlich im Grunde sagen, dass die die ein Leben lang halten. Ja, da gehe ich auch von aus. Also ich kann da auch nicht sagen, dass ich da irgendwie was auszusetzen hätte, ne? Ja, deswegen, das wäre so, wenn dann das Einzige, was ich überhaupt versichern würde, wäre die Implantate. Da haben wir aber halt, wie gesagt, eine vierjährige Aufbauzeit in dem Tarif. Ähm, das, das müsste man, müsste man schauen, ob das, ob das für sie Sinn macht, ja? Ähm, bei Ihrem Neffen ist das natürlich was anderes, ähm, aber ist der denn schon, wie alt ist der überhaupt, Ihr Neffe, wenn ich frage mich? Ja, mein Enkel, der ist jetzt 19 geworden. Der ist jetzt 19. Beispielsweise müsste der das auch schon selber für sich machen, ne? Weil der ist ja schon über 18, das heißt, der, der müsste das wirklich selber machen. Also, wie gesagt, das Einzige, was man dann machen könnte, ist bei Ihnen, ähm... Ja, der wohnt ja bei mir, ne? Der hat ja sonst niemanden mehr, ne? Und das kann ich ja denen nicht so mit, äh, sagen wir mal, mit so Papiergesichten, ne, 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 da kann man so viel falsch machen, ne? Genau. Da kümmert sich dann der Opa Maulwurf besser drum. Hm. Ist er denn gerade auch mit im Hause, oder ist er, äh, auf der Arbeit? Der ist jetzt gerade noch in der Ausbildung, ne? Ich wollte mich noch mal informieren. Ja. Und das, sag ich mal, sagen wir mal, dann halt auch abschlussbereit machen. Weil der ist ja im Prinzip, der wird Melka, ne? Der ist auf dem Bauernhof. Und da ist ja so meine Befürchtung, dass wenn da mal so eine Kuh ausholt und da mal zutritt, dann hat er ein großes Problem, ne? Ja, das muss ja nicht nur das sein. Da gibt es ganz unterschiedliche Varianten. Ja, ja, da gibt es ja auch Schafe und Ziegen, aber ich wollte jetzt ja nicht alle Tiere aufzählen. Da brauchen wir ja den ganzen Vormittag. Ja, ne, also, ähm, da würde ich bei ihm wirklich ganz normal auf den Grundtarif gehen. Also da braucht er jetzt, ich denke mal, er hat auch noch keine Berührung mit Zahnersatz gemacht. Das ist alles heil. Jeden Abend ein Schrubber in die Schnute und dann wird sauber gemacht. Da führt nichts dran vorbei. Wie heißt die Enkel mit Vornamen? Dorian. Dorian. Einfach wie man spricht wahrscheinlich. Ja, ja, da gibt es ja schon mal wenig Spielraum für Y, Z und alles. Genau, ne? Und wann hat er genau Geburtstag? Das ist der 1. April. Der 1. Der 1. 4. Jaja, das ist ja immer, ich komme immer mit Zahlen durcheinander, aber ja, der April ist der 4. Monat. Genau, das müsste dann 2001, ne, ne, noch ein bisschen jünger, oder 2004. 2004 müsste er geboren sein, oder? Ja, natürlich. Ja, ich muss es nur einreden, dass er mir das System gleich auch den richtigen Preis nennt. Nicht, dass ich Ihnen gleich hier was Falsches erzähle. Ach, das ist geburtstagsabhängig? Ja, dann überlege ich nochmal. Ach so, na, also wir haben unsere letzte Beitragsanpassung mit 51, da sind wir gerade so dran vorbei, was Sie betrifft. Ich bin 83, ne? Genau, also der Tarif wäre der gleiche, also ich würde den gleichen Tarif für Sie wie für Ihren Enkel vorschlagen, gerade weil es für ihn ja natürlich jetzt noch sehr, sehr günstig ist. Was kostet der Spaß? Also für ihn sind wir da bei 2,20 Euro, bis er 20 wird. Na! Und genau, und das erste halbe Jahr zahlt er sogar dafür sogar nur die Hälfte, also 1,10 Euro. Ach! Wenn er 21 wird, geht das Ganze auf 5 Euro hoch, ja, das kann ich auch schon mal sagen. Mit 30, ne, mit 26 geht das Ganze dann auf 9,40 Euro hoch, dann gibt es mit 31, 41 und 51 die letzten Anpassungen auf 14, 30, 20, 30 und am Ende des Tages, wenn er 51 ist, also das ist noch ein paar Jahre hin, kostet der Tarif dann 27,90. Aber, und das muss ich auch dazu sagen, er hat die komplette Regelversorgung einmal zu 100% abgesichert. Das heißt, für Kronen, Brücken, Prothesen und Stiftsähne, da zahlt er gar nichts mehr dazu. Plus, dass er dann noch 75% für die privatärztlich hochwertige Versorgung hat, sprich zum Beispiel Implantate, Keramikkronen, Keramikbrücken, aber auch mal die Inlays und Onlays, das sind solche Gold- oder Keramikeinlagefüllungen. Und auch die Schmerzausschaltung, also Narkose, Sedierung, Hypnose, weil das sind alles Sachen, die die Krankenkasse gar nicht mehr bezahlt. Hypnose? Sind wir schon so weit, dass das zuverlässig funktioniert bei einer Operation? Ja, also... Ist ja fantastisch. Ja, zumindest, dass man den Leuten dann die Angst nimmt, ne, also die brauchen dann eventuell trotzdem noch die örtliche Betäubung, ja, aber zumindest, dass man die Angst dann wegbekommt, weil diese Schmerzausschaltung vermerkt eher für Angstpatienten ist. Und, ähm, ja, also das funktioniert schon gut. Sonst würden wir das, glaube ich, auch gar nicht mit anbieten. Ja, deswegen frage ich, das ist, sagen wir mal, doch durchaus interessant. Ich versuche das, ihr habt das ja, sagen wir mal, ja, das ist jetzt interessant. Ich bin jahrelang, sagen wir mal, so Amateurzauberer auch gewesen, ne. Ich habe immer versucht, meine Frau, sag ich mal, so unterswellig hier, so mit ein bisschen, ne, sagen wir, du machst mir heute mein Lieblingsessen, das hat aber nie funktioniert. Vielleicht haben Sie da noch mal einen Ansprechpartner für mich, vielleicht kann ich mich da noch mal informieren. Sie meinen jetzt für die Hypnose? Ja, ja. Ja, ja, das müsste man dann die Anästhesisten fragen. In wen? Das müsste man den Anästhesisten dann fragen. Das ist ein griechischer Name, oder? Ja, das sind ja die, die die Narkose, Sidierung und sowas machen beim Arzt, ne. Die Griechen. Ja, ja, das stimmt mir ja im Prinzip egal. Hauptsache, der kann mir da einen Tipp geben. Meine Frau meint ja, ich bin auf Diät jetzt wegen der Leber und ich kriege kein Hühnchen mit Haut mehr. Und ich kriege, ich kann das auch selber nicht mehr, ne. Von daher bin ich da ja darauf angewiesen. Ja, klar. Da musst du halt im Zweifel vielleicht das Ganze auch mal flüssig machen, ne. Was denn? Ja, so ein Hühnchen, also ich kenne das von meinem Papa, der hat jahrelang sich Hühnchen und sowas durch den Mixer gezogen. Wie kann man denn sowas machen? Ja, wenn man Probleme mit fester Nahrung hat. Ne, den hab ich ja nicht, ne. Ich kann nur nicht mehr gucken, ne. Wenn ich da das Hühnchen zerteile, liegen hinterher meine Finger dazwischen. Ui, Alter, das wäre natürlich nicht so gut, ne. Ne, ne, das ist nicht ganz so vorteilhaft. Gibt's bei Ihnen denn, sag ich mal, auch so ein Schadensfreiheits-Dings da, wenn er jetzt 20 Jahre nie was hatte, dass er da was wiederkriegt? Das weiß ich nicht. Ich bin leider nur für die Zahnzusatzversicherung zuständig. Ja, darum geht's ja. Ja, klar. Also in den Aufbauzeiten, wenn Sie da einen Unfall haben oder sowas, dann gilt das natürlich alles nicht. Ne, ich meine jetzt, man versichert den Jung, da ist aber nie irgendwas. Wird der Tarif dann irgendwann weniger oder gibt's da mal einen Fernseher oder sowas? Ne, ne. Das meine ich. Das kann ich, ich kann ja nur sagen, woran das liegt. Also wenn Sie sich eine Hausratsversicherung machen und da jetzt sagen, ja, mein Haus ist aber noch nie abgebrannt, das kann ich verstehen. Aber bei den 10 steht das ja fest. Bei den 10 steht das einfach fest, dass es irgendwann zu Zahnersatz kommt, auch einfach, wenn man einfach in ein höheres Alter gelangt irgendwann. Oh ja. Deswegen ist das eigentlich vorprogrammiert, dass irgendwann mal der Zahnersatz kommt. Und 90 Prozent der Menschen in Deutschland haben das auch bereits schon. Ja, das ist einfach so, würde mein anderer Neffe jetzt sagen. Jetzt verraten Sie mir mal noch, weil ich bin da so viel unterwegs gewesen im Internet, wo, bei welcher Firma Sie jetzt meine Daten gekauft haben. Sie haben am 18.1. an der Umfrage von uns teilgenommen, das Ganze dann einmal bestätigt, deswegen rufen wir an. Ja, ja, welche war das denn? Sie sind hier bei der Ergo gelandet. Nein, welche Umfrage? Welche Umfrage? Wie viel würden Sie für eine Zahnzusatzversicherung monatlich ausgeben, um gegen kostenintensive Zahnbehandlung? Ah, das war der 500-Euro-Gutschein von Netto. Das kann gut sein. Sind Sie selber die Ergo oder sind Sie so ein Subunternehmer? Wir sind Versicherungsvermittler der Ergo, deswegen melden wir uns ja auch mit Directline am Anfang. Das heißt, Sie sind nicht die Ergo selbst? Ja, würde ich so nicht sagen. Also, wir machen schon einen guten Umsatz von der Ergo aus. Also, ich würde schon dazu zählen. Ja, das ist halt nur die Frage, wo das halt stammrechtlich dazugehört. Ich finde sowas immer ganz interessant, diese Konstrukte. Ja, das liegt einfach daran, mittlerweile hat die Ergo über 20 Millionen Kunden. Die können sich natürlich auch nicht alle alleine darum kümmern. Deswegen, das hat die Telekom, das kennen Sie wahrscheinlich auch, die Klinkenputzer von der Telekom. Oh ja. Genau, aber die machen trotzdem, sind die im Auftrag der Telekom unterwegs und dürfen sich zum Beispiel auch als Telekom bezeichnen. Die brauchen immer Monate, bis sie kommen und arbeiten mega langsam. Aber wenn die ungefragt an der Tür stehen und man die Flinte in der Hand hat, dann können sie plötzlich laufen. Das ist immer ganz fantastisch. Das stimmt, aber manchmal sage ich Ihnen das, also manchmal sollte man denen schon gut zuhören, weil die kommen eigentlich immer nur in Gebiete rein. Ich kenne das von früher, wo dann, sage ich mal, die neueren Internetvarianten freigeschaltet wurden. Und da kann man in den meisten Fällen echt einen guten Schnapper machen. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Aber es ist halt die heutige Zeit. Ja, man weiß ja nie. Deswegen hatte ich ja auch gefragt. Da muss ich Ihnen jetzt ja sehen, in welcher Funktion sind Sie denn da tätig? Sind Sie da mal rein Angestellter oder sind Sie auch in leitender Funktion tätig? Ja, in eher leitender Funktion. Ich leite hier so ein kleines Team von Pappnasen, die manchmal ein bisschen zu spät kommen. Ach so, da gucken Sie jetzt gerade einen an, werden Sie das sagen. Ja, ich gucke gerade genau sogar zwei an. Das ist nicht gut, weil hätten um neun kommen sollen, kommen jetzt erst. Ne, sind schon seit zehn Minuten ungefähr hier. Ja, das ist ja, ich habe das ja immer so gehalten, lieber zehn Minuten zu früh als eine zu spät, ne? Ja, das stimmt, das stimmt. Ich bin zum Beispiel grundsätzlich immer eine halbe Stunde erder, weil ich dann noch unruhen Kaffee trinken möchte. Ach, das habe ich auch immer gemacht. Ja, wir sollten sich mal andere eine Scheibe von abschneiden. Ja, oder einen Tropfen von ich. Ich frage aus einem ganz bestimmten Grund, junger Mann. Ja, fragen Sie. Weil, sage ich mal, diese Telefonnummer, wie auch mein Name und alles andere, das gibt es eigentlich gar nicht. Jetzt kommt der Ketz, wo ich gefragt habe, wo sie die Daten her haben. Diese Umfragen, das sind nämlich, sagen wir mal, Kriminelle, die sich immer als große Firmen ausgeben und diese Datensätze dann halt an Subunternehmer, Auftragnehmer und halt auch an höchst Kriminelle verkaufen und die verarsche ich den ganzen Tag lang. Deswegen wundert mich, dass Sie da jetzt in der Leitung sind, weil diese Daten haben halt nur Kriminelle, ne? Ja, das kommt immer drauf an, wo sie das mitmachen, ne? Das hat nicht unbedingt was mit Kriminalität zu tun. Das hat, glaube ich, eher was damit zu tun, dass viele Menschen einfach nicht richtig lesen, was sie da machen. Ja, ja, aber das sind ja Leute, die versorgen ja die bosnische Kreditkarten-Mafia, die türkische Bitcoin-Mafia mit Daten und sie kaufen halt aus dem gleichen Pool ein, weil die geben ihnen die Daten ja nicht aus Freundlichkeit, ne? Ja, na klar, aber davon habe ich ehrlich gesagt noch nie was gehört. Ja, dann müssen Sie mal schauen, da gibt es ja auf YouTube hunderttausende Mitsnitte, wie wir diese Betrüger alle verarschen und jetzt habe ich da plötzlich seriöse Leute am Telefon, das so ein bisschen komisch, ne? Ja, wie gesagt, mich wundert es tatsächlich auch. Ich würde auch gerne immer sehen, woher das kommt, aber das sehen wir leider gar nicht. Ne, wenn Sie sagen, wie viel würden Sie bezahlen, das ist eine Standardfrage, das ist zum Beispiel bei Crabstone Limited oder bei Tadaleo mit drin. Das sind, sag ich mal, so Datenhändler, die sitzen in Singapur, die geben sich dann als Pampas, McDonalds, Netto, Kaufland aus und die Leute schreiben da rein, ne? Sie klauen aber einfach nur das Logo und den Namen, damit sie halt die Daten schnappen und damit sie dann die Datensätze verkaufen können. So funktioniert das, dass Sie das mal gehört haben. Und mit dem Einkauf Ihrer Firma wird also quasi im Endeffekt organisierte Kriminalität finanziert. Da müsste man sich wirklich mal Gedanken überlegen. Ja, ja, deswegen sage ich Ihnen das jetzt, ne? Ja, nee, das ist gut, dass Sie das sagen, dass ich das mal gleich ansprechen kann, weil das ist ja auch eigentlich nicht Sinn einer seriösen Firma. Also eigentlich haben wir das auch gar nicht nötig, ne? Deswegen habe ich so gefragt, wo Sie denn jetzt herkommen. Falls Sie da jemanden finden, den das interessiert, der darf mir gerne mal schreiben. Soll ich Ihnen mal eine E-Mail-Adresse geben? Ja, können Sie machen. Die nehme ich gerne mal mit auf. Schreiben Sie mal Telefon wie das Telefon. Ja. Dann ziege wie der Ziegenbock, ein Wort, at gmail.com. At gmail.com. Unter dem, genau, und unter dem Namen finden Sie das Ganze auch bei YouTube unter Telefonziege, ne? Da sind dann die ganzen Kriminellen, da werden Sie jetzt natürlich nicht erscheinen, es sei denn, Sie wollen mit gutem Beispiel mal vorangehen, aber... Warum nicht? Na gut, wie Sie wünschen, aber auf jeden Fall wäre es toll, wenn Sie da mal Bescheid sagen, ne? Weil das ist ja ein guter Name zu verlieren, da bei Ihnen, ne? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist gut, dass Sie das sagen. So, dann würde ich aber jetzt auch sagen, dass ich mal weitermache. Na klar, ich will Sie nicht aufhalten. Ich will Sie nicht aufhalten. Ne, das soll ja nicht sein. Soll ich Ihnen das denn trotzdem einmal so als E-Mail für Ihren Enkel oder was auch immer? Den gibt es ja auch nicht. Achso, okay, das wollte ich nur wissen. Das ist ja so die Schlinge, die man auslegt, ne? Weil dann so, ja, okay, wir sprechen zwei Minuten, gib mir mal die Kontonummer und noch eine Kopie vom Ausweis. Da läuft es nämlich meistens drauf raus, darum mache ich das. Aber dann will ich Sie gar nicht weiter aufhalten, ne? Ja, okay, das ist sehr nett von Ihnen. Dann wünsche ich Ihnen aber auch eine schöne Restkoche und bleiben Sie auch gesund, ja? Ja, danke, gute Geschäfte, Wiederhören. Danke, tschüss. Scheiße. Ja, ich habe zwischendurch schon mal geguckt, zumindest die Nummer, die er dir mitgesendet hat, die ist wirklich legitim. Und ja, es ist ja so, die ganz großen, die Versicherungsleute, ich kenne es zum Beispiel von der IZO, weil ich geschäftlich öfter mal Richtung Hamburg unterwegs bin, da hast du ihn in jedem Kuckhaft, durch das du durchfährst, hast du so einen Niedergelassenen, der dann irgendwie selbstständig für dich arbeitet. Und bei Ergo wird es nicht großartig anders sein. Aber, ja, steht da Tropfen, höhlt den Stein. Vielleicht hat man irgendwann ja wirklich mal jemanden dran. Ich habe solche Geschichten schon ganz oft gefahren, dass ich gesagt habe, hier, ihr kauft bei Kriminellen ein, ihr unterstützt damit organisierte Verbrecher, weil das Geld, ne, was machen die damit? Ziehen neue Fake-Gewinnspiele hoch und hier und da. Irgendwann haben wir mal jemanden, der sich wirklich dafür einsetzt, dass das aufhört und dass es in der Branche halt auch bekannt wird, dass dieser und dieser Datenhändler eben an Kriminelle zumindest verkauft und mit großer Sicherheit auch von Kriminellen finanziert wird. Dann danke fürs Gespräch, danke für die Freigabe, das hochzuladen und allen Beteiligten noch eine schöne Restwoche.